Hiiii Hiiii Hallo und herzlich willkommen zurück vom ETA Und wir hübschen Heyy Oh scheiße Was macht eigentlich dieses scheiß Cape? Das macht gar nichts Gar nichts Gar nichts Das sind meine Steine Warum auch immer So Ja wir müssen hier lang hundertprozentig Müssen wir ja? Müssen wir ja? Müssen wir? Ja 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 Oh guck mal Aber hundertprozentig Ich hab Hunger Ja dann Also in game sowie auch out of game real life Oh hier sind zwei Hasen Oh war die Hasen Hasen Sie sind so niedlich Okay jetzt kann ich fliegen Weee Nein du Ist ja geil Du willst ja Au 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 Achso kann man den Hasen wieder absitzen Okay Hase komm her Ich brauch dich Mein Schwert ist grad leicht schrott So Ich kann fliegen Weee Ja richtig geil Ich bin in der Normalen Welt othesen Kann ich mit dem Hasen runterfallen? Ja du kannst mit dem Hasen runterfallen Das wird dir klar Deswegen ein Hasen sollte man immer dabei haben Einen Hasen Sollte man immer dabei haben Dö reporters Nein Ich falle Du überlebt Wie du fallst Ich falle Also ich bin gefallen Ja famine Also ich weiß nicht wo ich Ja famine Ich weiß nicht wo ich langen muss ist das problem ich hab Prozent das ist da eigentlich über die Dings geht es ist bei unserem alten Haus die schnisch und rätten zu schnisch ja das Haus ist ja auch nicht mehr da du ja ist ja klar war ich sehe es ja allgemein jetzt er hat nichts gesehen ist wo ist unser Haus ist die Lava ob die Dienkreide okay das ist ein Dungeon also hier müssen wir doch irgendwie so lang wie viel man hier essen muss einfach mal jetzt ist mein Hase weg ihr Vollidioten ihr Vollidioten mein Hase von mir du bist hier der Vollidiot nein die Wolken sind die Vollidioten so naja klar boostet mich doch hoch in Ordnung remember left 56D das ist unser Haus wie macht man dieses Känguru platt Alter ich hab's platt gemacht okay einfach töten Yolo ja die halten aber euch viel aus das weißt du doch noch mein Telefon geht dein Telefon dein Telefon ey hier ist Zanid nehm ich mal mit ach ja was gibt's hier unten noch so schönes habt ihr noch Eier Diener habt ihr Eier da und checken magst du Bratwurst wir sind hier nicht bei äh wie heißt der wie heißt der Eier Diener Eier Diener Eier Diener Hase dauernd ab. Komm her, ich brauch deinen Hasen. Ich würde dir gern mal so ein Fallschirm bauen, weißt du, aber irgendwie krieg ich das ja auch. Das wär doch langweilig, findest du nicht? Ist klar. Oh, das sollte man auch raus und dann verschließen. Ich hab einen Hasen, ich hab einen Hasen. Ich fühl mich cool mit dem Hasen auf dem Kopf. Yeah. Ich weiß nicht, wie schlafen wir es. Wie man es sind. Du kannst dich jetzt zu mir teleportieren. Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Könnte ich, aber das ist ja lame. Du bist ja kein Cheater. Ja, das finde ich auch. Ja, wir müssen langsam mal so ein bisschen die Cheatrate ein bisschen runterfahren, finde ich. Ja, vor allem, weil ich das gerade nicht getan habe. Ach, da ist er. Ich hab die Brücke. Ich hab die Brücke, die Adria noch gebaut hat. Und now he's gone. Nein. Sollten wir nicht so ein Rest in Peace äh. Ja, bestellen so ein kleines Kreuz auf, würde ich sagen. Äh, Heuschenbucket. Was kann man damit machen? Kann man ihn trinken? Kann man ihn trinken? Jetzt ist er weg. Rechtsklick draufgekommen. Okay. Damit hat sich die Frage geklärt. So, was machen wir mit dem Moa-Ei? Weiß ich gar nicht. Ich hab auch eins. Spawn? Ne. Wie, wie, wie macht man in diesen Brutkasten? Das wüsste ich auch gerne. Guckst du mal im Wiki nach? Ja, ich kann mal hinten nachgucken. So, muss ich hier mal ein bisschen umpositionieren. So, jetzt geht's wieder. Äh, hier haben wir das. Das kann da mit rein. Das kann hier mit rein. Die Kisten müssen sortiert werden, aber YOLO. Ähm, Steine, Kiste, Steine, Kiste, äh, Kiste. So. Äh, das kommt hier rein. Wie, ist das nicht dasselbe oder wie? Okay. Das kann hier hin. Ich sollte jetzt mal ein bisschen Kisten. Na, dies, das. Die Stars. So, hier ist Erde. Was ist das denn? Oh, das kann auch mit... Hier ist nochmal Stein. Deutscher Stein. So, fängt schon wieder an. Ähm, das kann hier. Ne, deutsches Stein. Deutscher Stein, Alter. Ah, stimmt. Man kann ja auch, man könnte ja auch, äh, normale Holzkisten in den Unternehmen setzen. Dann grenzen die sich ja so ab, ne? So, dies, das. Ja, da gebe ich dir recht. Verstehst du, ne? Hm. So. Hm. Hier auch verstehen Sie, meine Damen und Herren. So. Äh, nehmen wir mal Dirt kommt hier nicht rein. Dirt. Dirt kommt hier hinten rein. So. Was machen wir mit dem Tanitgram? Das können wir eigentlich mal hier drin machen, was wir so aus den Dungeons her kriegen. Dankeschön. Ähm, wow. Scheiß Handy. Die Lücken lassen sich sehen. Geht das nicht? Ähm, was, 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 what are you trying to do? Ja, wie man die schönen Dinger züchtet. Ja, da musst du mal gucken, ne? Äh, es ist noch Holz hier. Holz, Holz. Äh, Federn, ja. Ich leg mal das Moorei hier rein, da kann nichts passieren. Erstmal hier gucken. Er kann man nicht aus, äh, Kürbissen auch so Kürbiskuchen machen. Das ging doch. Ja, das geht. Aber wie ist die Frage. Alter, der Weizen hier oben, ne? Das sieht so, sieht so hammermäßig aus. Ich, ich freue mich. Gucken wir mal, wie viel, ich glaube, ich muss mal in den Ofen packen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, oder halt auch nicht. Moment, ich guck mal nach. Gucken wir eh schon im Wiki sind. Minecraft. Kürbiskuchen. Wie macht man denn das? Kürbis plus Ei plus Zucker. Okay. Warte mal. Kürbis plus Ei plus Zucker. Wir haben doch, äh, Eier unten und Zucker doch eigentlich auch. Gucken wir mal, ist uns so schwierig. Was machst du eigentlich gerade? Noch? Ich such die Dings. Das dauert, dauert, viel zu lange, mein Herr. Such doch einfach nach Moor in dem Äther-Wiki. Das kann ja nicht so schwierig sein. Nein. Doch. Da steht, Moor können aus Eiern gedingstert werden. Gedingstert werden? Schau dir den YouTube-Tutorial an. Gut, ja. So. Ich komme wieder nach oben. Äh, habe ein paar Eier dabei. Ja. Ich verstehe. Incubator. Ja, das kürze ich gut dann. Ach, scheiße, jetzt habe ich den Zuckerrohr vergessen. Egal. Ach ne, wir haben ja hier oben welche, ne? Siehst, jetzt weiß ich, warum ich Zuckerrohr angepflanzt habe. So. Stein. Ja. Stein. Dann machen wir mal das, das, das. Das ist das einfachste Rezept überhaupt. Dann packen wir das in die Mitte, dann haben wir einen. Dann machen wir das gleich nochmal. Aber dann müssen wir so eine extra Area für die, für die Dinger bauen eigentlich, ne? Sie haben es sich verdient. Nein, das ist uncool. Möchtest du ein Pumpkin? Möchtest du ein Pumpkin? Möchtest du ein Pumpkin-Pie? Ich möchte kein Pumpkin-Pie, ich habe meine Orangen. Ich habe aber Pumpkin-Pie. Kürbiskuchen. Kürbis. Kürbis. So. Da steife ich jetzt alles nochmal ab. Ich glaube, ich mache die Kürbisse mal ein bisschen größer hier. Die Kürbisse haben es sich verdient. Fatsch, die Kürbis, Kürbis, Kürbis. Du Kürbis, Alter. Boah, verbleidigt ey. Da und da. Möchtest du noch ein paar Kürbisse hin? Möchtest du noch ein paar Kürbisse hin? Ja, 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 ja. Hier haben wir auch Möhren, falls du willst, oder Weizen, ganz viel Weizen. Ne, ich bleib schon mal bei meinen Orangen. Kein Kürbiskuchen? Ne. Wie macht man eigentlich normalen Kuchen? Ach, mit Kühen und so, ne? Mit Milch, dies, das. Mal salzen und weiß, was ich? Ne, das ist mir zu aufwendig. Ähm, ähm, Ambrosium Torches. Ich mache hier unten mal so ganze Rüstungen hin. Haben wir Ambrosium Torches? Ja, haben wir. Die kannst du einfach aus Ambrosium? Ambrosium machen, ja. So, gibst du mir mal dein Ei und taust du mir das an? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Scheiße, fängt mir die Eier. Nicht die Eier. Dein Moor. Also die Eier. Achso, das, äh, ich hab, achso, 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 das liegt hier hinten in der Kiste. Achso, okay. Dann brühte ich das gleich auch mal mit aus, wenn ich Holz finde, da. Fübs ist ne gute Mutter. Ja. Ja, ja. So, fübsig sollten ja rein. Kürbiskuchen. Was? Ich will kein Kürbis. Nein. Warum denn nicht? Kürbiskuchen ist voll lecker. Orangen. Orangen. Gesund. Kürbiskuchen. Da rechts kam der. Wie viel hielten der eigentlich? Der muss eine ganze Menge hielten. Der ist ja so teuer. So teuer, älter. Teuer. Teuer. Naja. Ähm, was wollten wir eigentlich machen? Wir, wir hängen hier so rum. Wie ist das? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur grad. Oh, das. Blöde. Blöde. Brüten jetzt erstmal den Moor aus und dann versuchen wir nochmal in den Dungeon zu gehen. Eventuell. Ja. Haben wir denn noch was am Haus zu tun? Also so ganz theoretisch so. Äh, ne kleine Verfeinerung, oder? Eine Verfeinerung, sagt er. Ne Verfeinerung. Ja, ne Verfeinerung. Sagt er. Da können wir die Holztür hier nehmen. Und hier mal noch eine Holztür einziehen. Muss ich gleich weinen. Bei dem Wort Verfeinerung. Holztür. Ja. Ja, bei dem Wort Holztür. So. Das, das. Hast du denn die Rüstungsteile aus der Rüstungsteile? Die hab ich da hinten reingetan. Hier packe ich dann auch noch die Capes rein. Ah, ich. Gleich mal noch. Hey, hier liegt ein Ei. Jetzt sind hier zwei Hühnchen. So. Okay, lass ich das so? Oder kommt hier was drüber? Okay, wo hat man da? Da müsste eigentlich was drüber kommen. Oh, komm mal ein Blasrohr machen. Stein oder so? Stein. Möchtest du ein Blasrohr? Tja. Das hab ich schon. Oh Gott. Ja, abgesehen darf davon meine ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir eine Musikbox? Nee, sorry, war jetzt, war jetzt nicht so. Kannst du eine bauen. Oh, das ist echt? Kann man die bauen? Ja, mit Diamant oder so, glaube ich. Ein Diamant und drumherum Holz? War das so? Warte, ich mach einen. Wir haben, wir haben ja noch. Ja, Tatsache. Nimm eine Jukebox hier. Ein Diamant verschwendet. YOLO. Haben wir noch. Bitteschön. Oh ja, warte. Jetzt geht's ab. Ja, da kann ich sogar die Musik ausmachen, Alter. WTF? Ja, aber das ist ja immer dieselbe, oder? Vielleicht ist auch Urhebergerichts geschützt. Ich will scheiße. Oh, die geht ja richtig ab. Alter, das ist die Dubstep-CD gewesen, oder? Kann das? Ich kann gut sagen. Nein, was jetzt nicht. Sorry. Neustorben. Sorry. Ist ja wieder von... Nee, ist egal. Ich glaub nicht, dass die Urheber... Also, wir hoffen da einfach mal. Wir hoffen für das Beste. Alter, der Pumpkin-Pile, der macht richtig satt. Juuunge. 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 Möchtet... Nein. Achso, ich hoffe, du wirst mir wieder ins Face. Ich werfe ihn dir ins Face. Ich nehm noch so'n Sanitring, ne? Ne. Ne. Hä? Wo ist jetzt meiner hin? Ich hab meinen Ring da draufgepackt und jetzt ist der auf einmal weg. Mein Sanitring. Tadam! Was ist mit diesem Pendant? Ist auch einfach anliegen. Wird schon. Ja, hab ich auch mit. Hier ist noch ein Gold. So. Ja, wie geil das ist. Wie geil das ist. Ohne Scheiß. Das ist Dubstep. Dubstep, Junge. Einfach mal Dubstep in Minecraft. YOLO. awa. Warum kommen die auf so was, Alter? Keine Ahnung. Das ist echt crazy. Crazy shit, Alter. Date, etwa, 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 etwa. Hab die? Hast du mal nach den Moas geguckt? Hast du mal nach Knochen geguckt? Ja, haben wir. Gut. Das sieht ja ziemlich schön aus. Wo sind denn die Moas? Äh, zeig ich dir gleich, sobald ich da ne Türen... Sobald ich mal die Musik leiser mache Also ich fing grad jetzt... Jetzt ist die Musik ganz aus Wenn man das ändert, geht die Musik ganz aus Naja, toll Fängt ja wahrscheinlich wieder von vorne an irgendwann Ähm... Was würd ich machen? Tut sie nicht Dann komm ich... Hey! Hey! So... Wo ist der Moa? Ja komm jetzt mit Ja... Alter wie... Wie weit hört man das denn? Das ist jetzt unbegrenzt glaub ich Wieso sind da Fackeln drin? Damit brütet man die Ach so... Ist ja genial Ja... Oh Und da... Aber da passiert jetzt nichts so wirklich... Seh ich... Irgendwie... Ach doch, da unten... Ja 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 ok ok Ja gut, dann haben wir vielleicht bald Moa, das wär auch cool Ist zwar eigentlich... Das müssen wir dann noch ausbauen Das ist eigentlich die Mine gewesen Aber naja... Aber dann können wir vielleicht hier unten auch äh... raus Weil hier ist schon wieder... Hier könntest du schon wieder rausgucken Ja genau... Können wir hier so eine Ausfahrt machen Hm... Okay... Haben wir hier noch schön das hier... Haben wir hier noch... Ja... Ein Gravitide Ohr... Gravitide Ohr... Kann man da mal im Bereich... Boop... Harter Dubstep-Tune alter... Harter Dubstep-Tune... So ich wollte eigentlich noch einen Hohen... Aber naja... Man vergisst ja alles so schnell... Ich glaub dir ist Urheber... Urheberrecht geschützt... Ich glaub auch... Wie... Wie viel haben wir denn die Tune gewesen? Sechzehn... Lass ihn den... Den Tune jetzt noch durchlaufen... Ja... Es ist Tune... So... Wollen wir hier mal ein Bohnenmeer... Ah... Das reicht nicht mehr... Dammit... Brauchen wir nicht auf Sattel dafür... Es ist Tune... Äh... Wegen ist ein Wetter... Achso... Ja... Ja... Ich bin so schlecht... Wundervollst du... Äh... Weil jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter... Ach... Lol... Haben wir Sattel? Nein... Was sollen wir denn mit Satteln auch... Brauchen wir nicht für Moors Sattel? Ich glaube nicht, ey... Sattel... 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 Ja... Sattel... Sattel... Wir würden... Wir würden... Sattel auf Englisch... Auf Englisch... Sattel... Ja... Sattel... 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 Ja... Sattel... 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 Charcoal. Die Charcoal sieht so anders aus, neuerdings. Ja gut, wir müssen eigentlich ein Folgenende machen. In der nächsten Folge spielen wir das dann einfach mal nicht ab. Oh, jetzt ist es vorbei. Gott sei Dank. Ja, ja. Vielleicht kommt die Folge dann nicht online. Naja, mal gucken. Einer da. Was ist Spider? Was? Spider-Man? Wer ist denn Spider? Ja, Hühnchen. Nee. Wo ist's? Nee. Wie kommst du da drauf? Boah, die sind ja so winzig! Ich hab keine Ahnung, wo man die füttert. Ja, nicht. Egal, das finden wir in der nächsten Folge. Vielleicht mit Eiern. Tatsache. Jetzt haben sie einen Spielgefährten so. Mit Orangen. Mit Orangen, ich weiß es. Ja, dann bist du ja am Start. Nein. Nicht mit Orangen. Boah, ja, ja, okay, dann fangen wir an. Fangen wir an, ja, in der nächsten Folge. Bis dahin und so weiter. Und ja, bis später. Tschüss. Bis dahin und so weiter. Bis dahin und so weiter. Vielen Dank.